Hier geht's! Nicht zu viel schrauben, okay? Okay. Nicht zu viel schrauben! Kann ich dir nicht garantieren. Komisch die Soundausseizierung. Wo könnten bloß diese Tresore noch sein? Da ist noch einer, okay? Und da außen bringt auch noch was auf dem Boot. Gut, das war ziemlich einfach. Nur ist die Frage, ob der hier zu Central gehört. Aber mal schauen. Doch, der gehört zu Central. Und da war ne Waffe drin, nice. Ähm. Könntest du dich bitte drehen, Boot? What the hell? Wärtsich schrecklich. Das Teil. Da bringt ja auch irgendwas. Ist das auch ein Tresor? Ne, das ist sonst einfach Money. Aber wieder, das sag ich auch nicht nein dazu. Ne. 50.000. Ich weiß nicht, ob diese auch, äh, zu Sammelobjekten gehören. Wahrscheinlich schon. Schätze ich mal. Oder wäre so meine Vermutung. Wir haben es gleich. Da habe ich keine Angst. Der Typ da verkauft glaube ich auch wieder was für ne Wohnung. Ok, Marilot melee. Ciao, Junge. Wirятens schon! Sitzgruppe 14.000 Was hast du, das ein bisschen anders ist? Hey, Island Cowsett! Okay, ich nehme es. Danke, Wei. Du bist die Leute, die ich zu deinem Platz bringe. Was? Ich nehme alles, was dazu gehört. Wo sind wir? Okay, da fängt schon North Point an. Dann fahren wir hier nach links runter. Oh, hier liegt irgendwie was. Hey, du bist nicht Frank. Wo ist Frank? Bist du okay? Bist du getrennt? Nein, ich wurde nicht getrennt. Frank ist mein Schwester. Was machst du? Krebs, mach dein eigenes Geschäft nächstes Mal. Geh zu dem Punkt, wo mature Adulter sich selbst im Publikum genießen können. Frank? Frank? Was der Hell? Enjoy the Publikum? Ich meine, die war gerade eingeschlossen im Kofferraum. Naja gut, nicht mein Problem. Emerald Gardens. Ich schätze mal, hier hinten ist nix. Zumindest nix, was sie schon haben. Wo sind denn hier so viele Leute? Jetzt bin ich schon wieder hier. Scheiss, Statuen hilft mich halt auch immer noch hier drin. Muss man wahrscheinlich bei einer Mission einsammeln. Weil sonst kommt man da ja nicht dran. Okay, sonst sehe ich gerade nix auf der Map. Deswegen machen wir jetzt hier diese Gefähigkeit. Einmal kurz über das Polizeirevier abkürzen. Hey, warte. Kannst du mich helfen? Ich bin hier in einem Moment gekommen. Und ich kann deinen Fahrer nutzen. Du kannst niemanden schießen, oder? Oh nein. Okay, lass uns gehen. Er wird niemanden abschießen. Ach, Kerl. Wo war das denn? Ja, ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel C4. Keine Scheiße. Wenn du das hier rauskriegst, musst du lernen, zu fahren. Du? Das kommt von uns. Keine Scheiße. Ich glaube, du kannst ihn verloren? Sicher, die werden wir schnell los. Ich bin hinter uns. Tschüss. Junge. Junge, die kästen uns ein. Alter. Ernsthaft. Eine Palme im Weg und John ist alles für nichts. Ich glaube, du hast ihn verloren. Hey, du kannst mich einfach irgendwo weglassen. Danke, bye. Was ist denn jetzt schon wieder? Du bist der Weg, right? Will you please help me? Ich mache es worth your while. Was kann ich für dich? Das Puck guy ist auf meinem Shop, scaring die Kunden. Jeder sagt, du bist gut an dealing mit Punks. Kannst du ihn weg? Was? 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 Das war nicht der Plan, aber gut. War zum Glück vorher schon abgeschlossen, bevor ich ihn umgebracht habe. Sonst wird es wegeschlagen. Was soll ich jetzt hier noch suchen? Ich habe... Es gibt so viele Möglichkeiten, wo ein Scheiss-Tresor sein könnte. Und auf dem Mips sind halt 40 Stück eingetragen. Ich weiß ja nicht, welche ich schon habe. Ich bin trotzdem sicher. Ich weiß ja nicht, welche ich schon habe. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Es ist ja jetzt mal so. Ich bin da. Da war ich gerade, da waren wir auch gerade, da auch. Central Krankenhaus, den haben wir auch schon. Ein Park ist glaube ich nichts mehr. I don't know, wo die sein sollen. Einer ist zwar irgendwie hier draussen noch. Ich schätze, den haben wir sicherlich nicht. Ob das sehr weit draussen ist. Mir ist jetzt hier der Park, da wird gar nichts mehr angezeigt. Okay, dachte ich mir, dass wir den bestimmten noch nicht haben. Ich glaube, der ist wahrscheinlich hier oben, hinter dem Felsen. Das ist jetzt glaube ich 29 von 30 oder irgendwie sowas. Der zweitletzte oder so. 29 von 30. 30. Ja, der letzte wird jetzt schwierig. Das ist richtig. Victoria Park, gehört Victoria Park auch noch dazu? Ja, vielleicht hier. Das ist gut. Und der suche ich zur Welt. Klar, genau, da ist nichts mehr, da habe ich nichts angezeigt. Da ist hier ein halb kaputtes Auto. Wo da war? Sind wir ja gerade durchgefahren eigentlich? Und ich glaube, der Victoria Peak ist auf diesem Aussichtspunkt schon eigentlich. Da war ich irgendwann mal ganz am Anfang schon mal. Okay, schade, schade. Ja, I don't know, wo der letzte Tresor sein könnte. Den müssen wir halt durch Zufall finden. Sonst suche ich mir hier wirklich den Arsch ab. Und so übertreiben möchte ich jetzt auch nicht. Den haben wir. Diesen Marshall Arts Club könnten wir noch machen. Da ist noch so eine Gefälligkeit. Und das Auto nochmals. In Kennedy Town haben wir da noch irgendwie sehr vieles. Was? 30 von 30, 100 Prozent. Die Gesundheitsschreine haben wir überall 100. Die Überwachungskameras auch. Die Tresore sind einfach nervig. Da ist das hier im Kennedy Town. Da haben wir nix mehr eigentlich. Also diesen Marshall Arts Club. Ich glaube, dann haben wir dann auch alle Marshall Arts Clubs. Clubs, Clubs. Ihr wisst schon, was ich meine. Ihr wisst schon, was ich meine. Wurste durch. Ja, den haben wir jetzt noch nicht bezogen. Das weiss ich. Aus einer guten Quelle, nämlich von mir selbst. Mhhh, ja. Dann bist du. Ich habe auch schon mal hingeht. Du willst Kampf? Du siehst, du könntest ein paar Runden surviveieren. Ja. Überraschung, Weishin. Meine Fans sind sehr glücklich. Ich bin auch, ich bin auch, ich bin auch, ich bin auch. Ich bin auch, ich bin auch.